einen wunderschönen guten tag willkommen zu einer neuen folge von star wars outlaws wir machen mit main story weiter und zwar gehen wir jetzt zum imperium zur imperialen kommunikationsstation im geröllwald weil dort ist irgendein wrack dahin gehen wir jetzt und hauen beim lieben imperium mal so richtig auf den putz damit die mich hassen da dieses glück gehabt das ist meine ruhe mittlerweile fahre ich auch scheiße und viel besser tschuldigung 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 das wollte ich nicht mal auf die seite hier oh nein das ist nix ja das war nix muss ich überhaupt hin wir laufen ab jetzt was muss ich denn hier überhaupt machen wacker hat einen nav computer gefunden mit dem die bahnbrecher im hyper raum hyper raum reisen können der navigations computer befindet sich in einem wrack eines schiffs der hohen republik jetzt ist die frage muss ich mich da rein schleichen oder gar nicht eigentlich einfach volle pulle da rein gehen ich denke mal weil es das imperium ist kann ich da nicht aber wie ein bekloppt da rein rennen das ist ach scheiße halt dein maul na komm komm ran na los nix du bist dran ja oder ich bin schneller da ist sie nee 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 lass das kommen hab ich ihn ja ok gefährlich aber ok prezisionsgewehr gleich mal her das gute ding war hier nicht irgendwo noch ne patrouille hm noch da hinten oh shit aber ich kann hier hochklettern guck mal mach das mal ja das ist die frage ist hier jemand nee ok weiter geht's hi wer bist du denn du kleiner süßer wolle gruppen ist das ja ja weiter geht's ok komm ich denn jetzt hier am besten rein komm ich denn jetzt hier am besten rein komm mal hier ok so rüberschwingen kann ich das ding hier oh shit scheiße nee 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 ja das war jetzt das war dumm hä also ist den kaputt gemacht das ist schon mal die Hauptsache Nee, hier ist nix, mein Lieber. Gold richtet der Kanzel. Nee, das wird nicht riskant. Ich bin einfach der Beste. Mach mal so ein Ding. Hey! Mach weg die Scheiße. Oh, noch alles dran. Okay. Weiß halt nicht, ob das der richtige Weg ist, den ich hier nehme, aber ja, sieht eigentlich gut aus, ne? Doch, sieht sehr gut aus. Shit. Nicht vergessen, ein Klasse-11-Energie-Camp. Shit. Er ist vermutlich in einem Ingenieurbereich, an einem sicheren Ort. Such nach einem Büro oder einem kleinen Raum. Ein Büro oder ein kleiner Raum. Ich mach ihn mal an. Ja. Okay. Gut. Hier sind ein paar Leute in der Nähe. Ach, Herr Jemine. Doch, doch. Ich gehöre genau hier hin. Ich gehöre genau hier hin. Nix. Du bist dran. Da. Und zack. Ja, Gott. Der Bug darf ich ohne. Nehme ich doch gerne mit. So, hier. Sabotieren. Okay. Ich muss aber nach unten. Wenn ich hier... Das sieht aus wie ein Maschinenraum. Oh, shit. Nix. Du bist dran. Uah. Ah. War nicht wie geplant, aber hab funktioniert. Kannst du da machen? Öffnen. Gut, das kann ich auch selber aufmachen. Oh, Jesus. Wie viele sind hier? Nur zwei. Okay. Nee. Nee, angreifen. Komm. Da. Okay. Wer da noch? Na, komm, mein Kleiner. What? Du hast nix gesehen. So, auf Computer zugreifen. Hey. Ja, jetzt hören entriegeln. Okay. Komm mal hier. Deine Kamera. Was ist da? Ausschalten. Sehr gut. Komm, mein Kleiner. Und bist du dran? Komm. Okay. Nein, habt ihr nicht. Ich bin in einem Ingenieursgebiet. Das ist ja ein Ingenieursgebiet. Also. Was soll das denn hier sonst sein? Wenn nicht ein Ingenieursgebiet. Hm. Hier ist nichts. Okay. Gehen wir mal weiter. Jetzt sind wir wieder draußen. Das ist nicht der Plan. Wieder nach draußen zu gehen. Komm, salte dich mal ab hier. Ja. Machen wir noch die Alarmanlage kaputt. Gut, komm. Ja, schön. So. Was sind hier? Ach, hey. Komm. Nee, du brauchst gar nix. Einen Arzt brauchst du. Und den hier noch. Sehr gut. Gemacht nix. Okay. Auf Computer zugreifen. Ah, hier. Kredits übertragen. Oh ja. Das sind wir mal gerne mit Kredits. Hm. Alle vier falsch. Okay. Drei richtige. Oh, guck mal. Und das wird aber nix, ne? Scheiße. Aber jetzt. Okay. 1190 Kredits. Sehr gut. Gemacht. Hier noch ein Behälter. Mal 344 Kredits. Faktafiolen sind voll. Was kann ich hier noch machen? Noch mehr Kredits? Schützturm deaktivieren. Oh ja. Na komm. Heck die Scheiße. Hm. Einen richtigen. Drei richtige. Oh, guck mal. 50-50. Ja, umverkackt. Naja. Ja. Schützturm deaktivieren. Kamera deaktivieren. Daten übertragen. Ja. Okay. Aber das ist ja nicht das, was ich brauche, ne? Oder doch? Interessant. Datenblock lesen. Nee, sonst ist hier nichts. Schade. Ja. Wieder hier. Immer wieder hier. Wenn wir mal hier durchgehen. Scheiße. Nee, das ist es nicht. Das da ist es. Das ist ein Energiekern. Ja. Anschalten. Nichts, wie wir es geübt haben. Ich habe gerade gelesen. Stille ein Energiekern an der Klasse 11. What the hell? Klasse 11. Perfekt. Den haben wir. Aber, ja und jetzt? Erreiche das alte Schiffswrack. Oh Gott. Warte mal. Geh nochmal. Was ist das? Äh. Keine Ahnung. Öffnen. Ah. Nee, mach wieder zu. Nee, 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 nee. Ähm. War denn da, da oben? Komm, kannst du da hochgehen? Bring dich in die Lüfte, Liebes. Geh mal von hier aus. Besser zum Schiffswrack. Nee, hier nicht. Dann war hier der Ausgang, oder? Ja. Hm. Ich bin am besten. Nein, 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 nein. Was machst du da? Nein, 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 nein. Bist du dumm? Scheiße. Nee, hier gibt's keine Verstärkung. So. Scheiße, Junge. Warum denn? Ich bin doch... Was für Löse Alarm aus. Hier wird kein Alarm ausgelöst. Ach, fuck, Junge. Ja, okay. Was ist denn das Schiffswrack? Was schießt denn da schon wieder? Nee, jetzt schießt niemand mehr. Okay. Ah, doch, hier, warte mal. Wie ich das hasse. Dein Maul. Ja. Fürs Erste. Da kann man auf Computer zugreifen. Was kann ich denn hier noch machen? Kameras deaktivieren. Ja. Mach das mal. Nehmen wir einfach mal vier. Na, ein richtiger. Nein, warte. Letzte Glyphe löschen. Hä? Hä? Ah, nee, das sind ja richtige. Lol. Falsch. Falsch. Nur noch falsch. Tja. Das gibt's ja nicht. Kamera deaktivieren. Sicherheitstür geöffnet. So. Okay. Alles sauber. Ja, komm. Ja, mach das. So, welches ist denn das Schiffswrack? Das frage ich mich ja. Nicht schlecht. Hm. Da unten nochmal so ne Drohne, ja. Und geh mal runter hier. Alter. So viel Damage hab ich nicht erwartet. Naja. Was? 1,4 Kilometer? Oh, fuck. Muss ich denn hin? Oh, ich muss einfach nur rausgehen von da. Okay. Dann gehen wir mal nach Jauntas Hoffnung. So. Okay. Wir sind sicher. Darf ich doch sagen, sehen wir uns morgen wieder. Sag ich danke fürs Zuschauen. Habt einen schönen Tag. Macht's gut, meine Lieben. Tschüss. Vielen Dank.